Wir haben keine Schüsse drin Recht schlaffeln Wir haben keine Schüsse drin Ich geh auf Arti, seht ihr rechts den riesen Blob vom Feind? Schießt ihn weg Macht eine Linie hinter mir, ich bin rechts von euch Wenn ihr so weit weg, du kannst uns nicht mehr schießen Ich weiß, äh, liegt, ähm, ne? Nachladen Vielleicht wollt ihr erstmal wieder niederkamen Seid ihr nachgeladen? Wir nach Marsch Linie links von mir Linie Halt Weiß Feuer auf die Feinde Da ist euch Zeit, Mensch Denkt dran, auf die linke Schulter zu zielen Schließt nicht die K-Mails ab Wir gehen auf die Gegner, Arti Abbrechen Schnell nachladen, Leute Gegner, ja, ganz schnell, pass auf, dass Linie alleine sind Vielleicht sollen wir nach Marsch Ja, ich weiß deswegen Schön nachgewartet bis in den dritten Nachladepfaser Sehr gut, Simco Pluspunkt Klar Die Zeit muss sein Ich will ja einen Schuss haben Wie sieht es denn schon aus, Mike? Sind da direkt die Feinde noch? Ja, hinter dem Hügel ist eine kleine Linie von drei Mann und eine große Linie, die von Jägern zu Nitzel pflückt wird Linie rechts von mir, freies Feuer Komm, schieß den schönen Rücken Lass euch Zeit Und dann haben wir das 21 22 22 Und Feuer Feindeartis tot vorrücken vorrücken mit den jägern zusammen das ist was sie macht ist ein graben bilden für die rekruten dies nicht wissen was ein graben ist noten die linie rechts und links bilden und dann ordentlich zusammen kämpfen mehr ist das jetzt im lauf schon ein graben bilden weil der graben rechts im bild laufen der vorderteil dann bis langsamer dass wir eine horizontale linie bilden ob leider im laufen dann gemeinsam da rein sterbt nicht unnötig doppelt die gegner weg blockt bloß dass die dass die kammer die grab stauben können was noch kurz das hier mit reinkommen jetzt gemeinsam mit die lehrern opelt schön direkt auf bin ich jono reingehen schön sicher blocken wie es besser warum was hier so nicht setzt noch sicher das block sicher nicht sterben wenn er für die ganze menge überlebt oder ich glaube nach dem schuss kann doch einer so rechts um rechts raus wenn ich das links wird dann links rum noch mal kommt schon in der hier oben springt die leistung bisher was die formation betrifft und links und rechts bitte unterscheiden information ist nicht so schlimm wir haben viele guten dabei nehme ich nicht ganz übel ansonsten schussleistung kann man verbessern lasst euch zeit ein welches immer schön zwei sekunden anlegen und zeit nehmen 21 22 und dann drückt ihr ab haben wir vermehrt oder so die kannicke die bumsen die ganze zeit dahinten wenn ich das nicht mitkriege ist doch super umso mehr mann umso besser also im moment artie distanz auch du scheiße ich hasse es wenn die jäger mich ins offene feld wenn die jahr gefährdet die artie fertig ist die land noch nach der geflexe nach rechts auf jeden fall guckt da rechts die lebt nur nach kavallerie die greifen unsere artie an die sind auf dem angriff vormarsch jetzt ist die artie schussbereit ja artie schussbereit artie jäger du mal mit ihnen in kavallerie wispeln die greifen gleich an schießt nicht auf uns die schießt auf die artie mal ganz ruhig da stehen noch zwei linien vor so sieht's aus ja da stehen noch zwei riesen linien vor unserer artie und unsere artie hat auch artie guards also so ist nicht entschuldigung ich sehe ja nicht alles übernimmt rücken lassen ja pts der oberleutnant hier spricht recruit cobra 2000 ähm gibt es danach noch eine nachbesprechung oder war es das dann es gibt dann noch eine nachbesprechung ja es gibt immer bis 21 Uhr geht es leider da gibt es eine nachbesprechung oh gott zu beschuss linkstaffeln abbrechen könnte dick dann ein bisschen abkürzen probieren kehrt marsch probisch packen ihr werdet beschossen kehrt marsch wenn wir uns jetzt zurück mike das ist nicht gut kehrt marsch links auf marsch blaue linie im laufen hinter mir bilden links staffeln abbrechen rechts staffeln sorry mein fehler die linie hat umgedreht mike die hält nicht an abbrechen abbrechen arti seht ihr die fein jäger linie hat links um weil ich sag nicht auf dem bitte ach so ja ich sehe in der mitte der hinten Linie und Jäger na dann haut sie weg bitte Rechts um mich noch marsch. Meike, stell mal vor, mach jetzt fast. Jupp. Linie. Halt. Nachgestein. Links um. Links um. Kaff, seid ihr auf der linken Flanke bei unseren Jägern? Ja, sind wir. Feindjäger rücken nämlich vor. Wenn ihr noch weiter vorrücken, wenn ihr von ihrer Linie noch weiter weg bewegen, dann könnt ihr sie holen. Jo, machen wir. Linie, Halt. Rechts um. Legt an. 21, 22, Feuer! Feindkopf bewegt sich nach links. Legt an. So, Feindjäger gehen vor. 21, 22, Feuer! Kaff, ihr könnt zu fahren. Feindjäger, die könnt ihr euch holen, sobald die Schüsse draußen sind. Seht auf den Blob. So, Jäger. Kaff, Angriff, Angriff. Die schießen gerade alle. Links um. Wir nach Marsch. Teile laden noch nach. Ich greife mit der Kamera gemeinsam. Ich versuche, die Linie zu capturen auf der linken Seite. Es muss schnell gehen. Ja, die bekommen Verstärkung. Wenn ihr da jetzt Kreise lauft, dann ist die Inf da und dann seid ihr alle tot. Breusche Faust. Links von mir. Ausführen. Ne, da waren wir von der anderen zu weit weg. Schön, Pinos. Schön. Rechts um mir nach Marsch. Nachladen, sofort abbrechen. Sofort abbrechen. Rechtsstaffeln. Wenn Sie auf die Befehle hören, leben Sie länger. Glauben Sie es mir. Abbrechen. Einfach nicht mehr nach. Dann müssen wir weiter nach rechts. Geht ihr halt links um. Nachladen. Wir machen mal einen Scheidung. Auf dem AT. Weiß Feuer. Achtung, die an Kyrasire sind rechts von da. Die sind relativ nah. Lasst euch Zeit, Männers. Lasst euch Zeit. Geht auf die Linie. Moment, werdet ihr nicht beschossen. Ihr könnt einfach... Braucht nicht rumspacken. Im Moment noch nicht. Kaff, könnt ihr euch die kleine Linie, die da jetzt vor euch läuft, holen? Ja. Bei uns heuer einstellen. Wir können jetzt auch probieren mit die Mitte und die Jäger. Also Mike, die Linie ist nur ein kleines bisschen größer als wir. Nice. Links um. Unterstützen, kriegen wir die. Angriff jetzt. Inf kommt auch mit. Geh nach Marsch. Warte, ich mach auf. Preußische Faust, links von mir. Kaff, defensiv spielen, defensiv spielen. Die ploppen gerade extrem. Die sollen kurz rausgehen. Die sollen kurz rausgehen, die Koff. Aber du kannst voll die Jäger abwischen. Preußische Faust, ausführen. Ich mach auf den Jäger auf. Ey, wenn ich nicht da bin. Schön, Torin. Komm, freies Feuer. Haut sie weg. Charge. Scheiß auf die Scheißschüsse. Charge. Charge auf die Linie. Hätt die nur los. Leute, jetzt müsst ihr sicher spielen. Sicher spielen, doppeln und blocken. Bildet einen ordentlichen Graben. Jetzt spielt sicher gegen die. Sehr gut. Und feiern, Charge. Lasst euch Zeit, Männer. Es blockt ordentlich. Sehr gut. Blocken. Sicher gehen. Keine Verluste. Blocken, Leute. Nicht zur YOLO reingehen. Blockt. Spielt sicher. Linie links von mir bilden. Ich hab keine Tickles. Leute, Linie links von Mike. Nachladen. Das war ganz gut gemacht, Leute. Waren zwar zu viele Verluste, aber ansonsten wird gut gemacht und charge. Okay, wir haben alles mit. Die Feindkraft scheint die Artie zu charge. So, äh, ja, nach. Achso, ja, wir müssen's egal. Ja. So, wir werden nachladen und dann gucken, wo gerade gekämpft wird. Wo wird gekämpft? An der Artie. Rechtsum. Mennachmarsch. Die Kaffee wurde aber ordentlich getroffen. Äh, der sollte die Pferde töten. Und nicht versuchen, Kavalera-Risten zu töten. Wird vorbei. Naja, Mugga-Waffes hat gerade drei Entferdete, also drei Pferde vor sich gehabt, die keinen aufgesessen haben. Aus Linie halt. Noch sieben Kavalera-Risten unter sich, der hätte einfach nur Pferde töten müssen. Und dann ein paar weniger. Mennachmarsch. Jeden Pferd haben. So kann jeder wieder aufsitzen. Gatt ist dann ungewinnig gelaufen. Kann man jetzt aber nix mehr gehen. Moment, warten wir uns hier um, der Kaffee-VIII. Feind Artie lebt noch. Jetzt ist die eine Linie aus unserem Team. Es verfolgt gerade die Kürassiere. Die Kürassiere rücken auf uns vor. In unsere Richtung. Preu-CV ist recht zu mir. Da steht immer noch ne Feindlinie bei der Artie. Abbrechen. Ja, was ist aber? Wo denn die ganze Zeit? Keiner Feind, Artie. Rechts davon. Soll ich mich? Links, Staffeln. Ja, stehen sie ein bisschen hinterm Berg. Achtung, Artie-Bischuss möglich. Es sind nur so sieben Leute oder so. Natürlich. Also, Mike, das sind jetzt nur noch die Artie, die Kaffee und die Linie davon. Achtung, Artie-Beschuss. Die Linie ist direkt bei der Kaffee. Wohlgemerkt. Das war genau zu sagen. Abbrechen, rechts Staffeln. Das müssen wir jetzt machen. Wir sind doppelt so viele, Mann. Die Linie hat sich aufgestellt. Einfach nicht mehr nach. Also, die sind jetzt fast genau links von dir. Die Linie rückt nach rechts voran. Die Linie. Kommt dazu entgegen. Kaffee rückt auch raus nach links. Achtung, Beschuss, rubspacken. Kaffee kommt jetzt auch nach rechts. Da ist die Linie. Fertig, Markung, Preusche Faust, rechts von mir. Ja. Wohl noch Preusche Faust. Ja. Ausführen. Schießt die weg. Nice. Rücke, schließen, Feuer. Und Charge. Okay, Charge, leider Charge. Bleib beieinander. Geh zu den Eger. Geh zu den Eger. Beschütze die Eger von der Freienkaff. Nach links, Liedwesert. Nach links. Sicher spiel. Doppeln die Abgesessenen. sicher spiel abgesessene doppel blocken wenn das bloggen doppelt ihn oben unten schlag so wir es gelernt habt auf die art zu rücken los kommt auf die adi vorrücken eine linie bleibt erst mal hinten bleibt erst mal hinten oder gehe und ins teil und wir können schon mal stark vorrücken ich kann ihn nicht mehr bilden machen offene mach auf eine information die die richtig oder bleibt trotzdem beieinander und auf die rest hinter euch vier gegen sechs die einigen gehen nicht einzeln ein bitte rechtstaffeln heute bildet im graben leute bildet im laufen schon mal ein nahtgraben das sind jetzt auch drei gegner ihr spielt das jetzt sicher wieso stehen bleiben der wachmeister macht das alleine ach so wachmeister macht das alleine ja wir können ihnen doch nichts übrig lassen los, helft dem wachmeister, der darf nicht sterben